Mark Bellinghaus, euer Influencer. Wir gucken hier auf eine sich in Widersprüche verwickelnde Saskia Esken, die anscheinend wirklich immer noch nicht den Schuss gehört hat. Den Schuss, dass ihre Partei am Ende ist. Dass die sich quasi fast halbiert haben bei der Europawahl. Das ist der Frau komplett wurscht. Keiner ihrer Kolleginnen und Kollegen denkt an Rücktritt wegen dieser üblen Blamage. Und ich muss mich leider heute wirklich outen. Ich habe meine letzte Stimme bei der letzten Bundestagswahl der SPD gegeben. Jetzt ist es raus. Ich kann es selber nicht nachvollziehen. Nachdem diese unfähige Frau da hockt und tut so, als hätten wir hier die DDR noch und sie wäre die SED-Vorsitzende. So kommt mir das vor. Sie redet alles schön. Sie labert dazwischen. Sie hört nicht auf zu reden. Und lauter Scheißdreck. Es ist wirklich so. Also unfassbar. Ich schäme mich fremd für unser Land, dass es von so einer Lusche regiert wird. Dass diese Frau immer noch an der Spitze dieser sogenannten ehemaligen Volkspartei hockt. Das gibt es nicht. Und Lanz hat es wirklich wunderbar geschafft, sie als dumme Lise hinzustellen. Und das ist so. Ich schäme mich und ich kann es gar nicht nachvollziehen, dass diese Frau nicht endlich ihren Hut nimmt. Dass die nicht endlich umbesetzt wird mit, was weiß ich, es gibt ja da keinen mehr. Kevin Kühnert hat sich ja selbst ins Knie geschossen mit seinen Äußerungen. Naja, gut. Wir wollen mal sehen, wie lange das noch geht. Jedenfalls sollte mal endlich jemand das V-Wort benutzen. Nein, nicht das. Das Üble. Sondern das Vertrauensfrage-Wort. Ja, es wäre wirklich Zeit, die Vertrauensfrage zu stellen und endlich Neuwahlen auszurufen. Dieser Haufen überbezahlter Politiker, ein Scholz, es kommt in der Sendung auch zu Wort, ein Scholz, der kurz nach der Wahl von einem Spiegel-Journalistin gefragt wird, ob er sich zu dieser Superschlappe äußern möchte, sagt dann einfach zwei Buchstaben. Nö, das ist unsere Regierung. Es ist doch unfassbar. Und hier ist nochmal eine Studie bei Lanz über die Leute, die abgehauen sind von der SPD. Also die tun einfach so, als wäre da nichts passiert. Es ist doch unfassbar, Leute. Wenn ihr diese ganze Sendung sehen wollt, ich würde es euch wirklich empfehlen. Also das war wirklich, wirklich unfassbar. Könnt ihr den Klick unten finden in meiner Info. So long. Und ich hoffe, dass endlich die Vertrauensfrage gestellt wird. Denn dann hoffentlich bekommen wir eine Regierung, die unsere ganzen Probleme hier, die wir haben, anpackt. Danke, Leute. Peace out. Vielen Dank. Bye.